Er versucht jetzt den Filter runterzunehmen. Man sieht, dass es jetzt stark anfängt zu überstrahlen. Er versucht es jetzt ohne Filter unter, Kameramann. Und das, was man hier jetzt im Außenrum sieht, könnte ein kleines bisschen mit innerer Corona zu tun haben. Weil die Sicherung so unglaublich schmal geworden ist. Ob es ganz total wird an dem Ort, weiß ich nicht. Aber wir haben beide richtig, richtig schmale Sicherung. Und das ist richtig toll. Und unser, genau, Beifall für den Kameramann der WC, da hören wir uns nicht. Aber... Wir haben den Filter wieder drauf. Und wir gucken mal, was er sich noch traut. Ganz, ganz schmale Sicherung, das ist jetzt im Bedeckungsgrad, ich denke 98% oder so, den er da erreicht. Ob das noch mehr wird, ist wahrscheinlich nicht ganz in der Totalitätszone. Aber das ist schon eine richtig gute, super schmale Sicherung. Ich bin jetzt gerade wieder leider hinter mir. Das ist gemein. Aber der kann das auch nicht ändern. Immerhin. Totalitä... äh Quatsch. Maximum der Finsternis ist jetzt... Vermutlich auch bei denen. Das heißt, jeden schmaler wird es nicht mehr. Der arme Mensch, Mann oder Frau, kämpft mit dem Filter. Und ich habe den Eindruck, er ist immer in der Barriere hoch. Ich habe den Eindruck, jetzt wird die Sicherung wieder ein bisschen breiter. Verröer. Verröer, ziemlich sicher, tut er die Zeltzimmer und ziemlich sicher Schiff. Schiff sieht man am extrem starken Wackeln. Das ist ein Bild, da könnte sie total werden. Da sind sie total. Wenn die es durchhalten. Das ist mit einem Sicherheitsplatz in der Wahrscheinlichkeit ein Schiff vor den Verröer-Händen. Verröer ist klar, das steht da. Und dieses Gepacken ist die Dünung. Es würde sich alle auf ein Schiff ins Wellengang versetzt fühlen. Ah! Jetzt kann man ja kreien. Er hat den Filter runtergenommen, wahrscheinlich. Jetzt kämpft er mit der Bedichtung. Ganz spannender Moment. Er hat den Sonnenfilter vom Teleskop genommen. Man sieht, dass er jetzt ganz stark drüber belichtet, weil er noch viel zu viel Sonne hat. Er hofft, dass er eine Totalität kriegt. Und man müsste jetzt sehen, dass diese helle Dünnstrahlung zusammenläuft. Da, 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 da kommt er. Wow, da ist die Sonnenfilter. Ja, Corona, Corona. Hey! Wow, guck dir das an. Geil. Wow, ey! Wow. Ja! Ja! Das war mir so schnell!